Willkommen zu Ninja Warrior in Minecraft! Let's go! Mit dabei heute ist Hanlink und Boyle. Wir haben den gleichen Parcours hier. Wir haben zwei Minuten Zeit. Yo, 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 yo. Wer war das? Da war gerade ein schwarzes Monster oder so. Wer war das? Hast du das gerade gesehen oder trippig? Ich hab's auch gesehen. Okay, egal Jungs, lass einfach weiter machen. Lass einfach weiter machen. Wir müssen den Parcours in zwei Minuten schaffen und der Gewinner ist der beste Minecraft-Spieler. Ja! Ich bin so oder so der beste Minecraft-Spieler. Okay, bis zu wenig. Drei, zwei, eins, let's go! Los geht's! Oh, oh mein Gott, ist das schwer! Leiter-Sprünge, Leiter-Sprünge! Ich kann das nicht, ich bin so schwer! Du bist so leid. Oh Gott, du bist viel schneller als ich! Leute, warte mal ab! Nein! Der letzte Sprung wurde eingefallen! Okay, let's go! Ich hab das in einer Sekunde. Ich bin oben. Boyle liegt ganz weit hinten. Let's go! Oh, Dab-LG! Was, du bist viel zu schnell! Nein, du bist viel zu schnell! Dann sichere ich mir den zweiten Platz! Und... Ich mach's sogar 360! Leute! War das der Plan? Boyle, komm schnell! Hier stimmt was nicht, Boyle! Was stimmt dir denn? Komm runter! Und, 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 und. GG! Okay. Was ist hier los? Passt du das? Ist das ein Prank von dir? Warum machst du immer so was? Warum machst du so was? Was hab ich denn gemacht? Angebot bei euch, Jungs. Was? Wer ist das? Angebot? Oh mein Gott. Ihr habt euch doch alle beworben, oder nicht? Äh, ja. Ja. Auf der YouTuber-Insel. Was will ich denn halten, wenn ihr tatsächlich auf die Insel dürft? Das wär super! Das wär super! Ey, das wär krass! Aber... Aber? Ihr müsstet auf meiner Seite sein. Äh, was... Was heißt das? Was heißt das? Du machst dich da bestimmt sowieso gut. Du hast doch in deinem Video schon gegen Sue gekämpft. Komm, 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 komm! Das war ne Kleinigkeit, ich hab ihn besiegt wie sonst nichts. Das war echt stark, Mann. Ich hab ihn eigentlich nicht besiegt. Was soll ich das von euch als Ja sehen, was ihr da sagt, glaube ich. Also was ist denn die Bedingung? Leute, was ist denn, wenn wir auf deiner Seite sind? Ihr kommt auf die Insel und arbeitet dafür für mich. Sollen wir das machen, Leute? Ich mein, wir kommen auf die YouTuber-Insel, Jungs. Ein Mr. Reviewsermann bietet uns das an. Das soll Ja sagen, okay? Ja, klar. Komm, auf die YouTuber-Insel. Wir sind dabei. Wir machen das, komm! Alles klar. Let's go. Auf eure Kollegen kennen. Kollegen? Hallo, ich bin Beule. Ich bin, ich bin Heinrich. Hi, alles gut von dir? Wer bist du denn? Ihr seht anders aus. Ihr seht lustig aus. Hä, ich seh sie hübsch aus. Was ist denn jetzt los? War das gerade ne Beleidigung? Nein, 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 das war keine Beleidigung. Hey, Jungs, ich glaub, der ist total verrückt. Ich glaub, der ist crazy, Mann. Ich verrückte, hör auf, bin ich verrückt von denn? Äh, Entschuldigung! Du, du weißt wohl nicht, wer vor dir steht, ha? Wer steht denn vor dir? Wer bist du denn? Wer bist du? Ihr kennt mich nicht. Das sieht gruselig aus. Wieso kennt ihr mich nicht? Was soll das? Äh... Oh, ihr müsst mich doch kennen. Verdammt, warte mal, das ist Timmy von der ersten YouTuber-Insel. Nein, nein. Genau. Was ist passiert? Mir geht's super und wisst ihr was? Ich bin nicht so super stark. Oh, ja. Dein Bizeps ist auf jeden Fall gewachsen, ja? Nicht nur mein Bizeps. Ich seh da nichts, um ehrlich zu sein. Ihr seid süß und cool, aber irgendwie seid ihr schwach und das, das, das wird ausgenutzt. Ich, ich kann's euch wirklich sagen, die werden euch ausnutzen. Besser ist es, ihr haltet zusammen. Das sollten wir. Das war unser Plan, ja, ja. Ich dachte, wir sollten für den bösen Admin arbeiten. Was passiert denn hier? Ja, der Admin ist mein bester Freund und auf den müsst ihr immer hören. Aber als nächstes müsst ihr auf mich hören, weil, ähm, ich bin, ähm, sein Nachfolger. Genau. Okay, okay. Ich will sein Nachfolger sein. Klingt das logisch? Das klingt logisch, oder? Ja, das ist sehr logisch. Schaut mal, schrutt euch mal um. Da ist niemand, der euch helfen kann. Der Einzige, der euch helfen kann, bin ich. Timmy. Du hast recht, Timmy. Das ist ein Argument, ja? Timmy? Ja. Also, ich bin auf Timmy Seite. Also, ich bin auch auf Timmy Seite. Wir musketiere. Okay. Wir musketiere. Okay. Wir sind doch vier. Äh, eins. Gibt es nicht einen cooleren Hand? Ich kann noch nicht so weit zählen. Wenn du einen cooleren Hand hast, kannst du auch den, den. Ihr seid das sechste Unheil. Das sechste Unheil? Er hat gesprochen. Das sechste. Okay. Danke, dass du sie mir geschickt hast. Du bist der Beste. Gerne doch. Ich hoffe, du machst gute Arbeit morgen. Ich mache die beste Arbeit, die du dir nur vorstellen kannst. Und wir werden ihn unterstützen. Genau. Ja, ganz genau. Wir sind auf seiner Seite. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Mach dich mal an die Arbeit. Okay. An die Arbeit. An die Arbeit. Was sollen wir tun, Tivi? Was ist unsere Aufgabe? Ausbildungstraining. Ihr müsst stark werden. Oh nein, ich mache keinen Training. Äh, ihr drei gegen mich. Ich muss nämlich mich verteidigen. Was? Genau. Du allein gegen mich. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das schaffen wir easy. Hä? Kommt mit. Kommt mit. Das ist ja super leicht. Ah, Pink. Was hast du gesagt? Hast du gesagt? Oh. Hey, warum schießt du gegen Pink? Er hat eine pinke Mütze. Mann. Geht schon los? Wir müssen die besiegen. Jungs, wir sind zu dritt. Wir schaffen das. Ich mache gar nichts, Leute. Ihr seid nicht süß. Hä? Wir müssen hier in die Lava stoßen, Leute. Wir stoßen hier. Der kriegt gar keinen Schaden. In die Lava mit dir. Oh mein Gott. Er macht so viel Schaden. Wir holen ihn, Leute. Wir schaffen das. Wir sind zu dritt. In die Lava. Auch nicht. In die Lava mit ihm. In die Lava. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja. Was passiert jetzt? Hat er nicht draufgegangen? Oh nein. Von Beule, du hast ihn verraten. Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Äh, was wollte das? Beule, warum tust du sowas? Das war nicht meine Absicht. Aber wir sind wirklich schwach. Das tut mir leid. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind schwach. Ich will dich. Wir waren zu dritt und haben es nicht geschafft. Leute, wie schlecht. Oh mein Gott. Bobby, du musst uns bitte unterrichten. Du musst uns ausbilden, dass wir so stark werden wie du. Ja. Ja, das ist ein Plan. Das können wir machen. Aber ihr müsst immer auf mich hören und mir Loyalität spüren. Okay? Das tun wir. Ja, auf jeden Fall. Das tun wir ehrlich. Das hört sich gut an. Okay. Okay. Dann machen wir das so. Aber wir brauchen auf jeden Fall Ausrüstung. Und ihr braucht auf jeden Fall Diamantausrüstung euch besorgen. Ihr könnt ja nicht wie normal da hier rumlaufen. Das ist ein Plan. Okay. Und niemals gegen mich kämpfen. Hattet ihr verstanden? Klar, nie wieder. Außer du befehlst uns das. Nee, danke. Dein linker Haken war zu stark. Sonst landet ihr hier. Ich nehme den Kopf mal mit, wenn das okay ist. Oh, ich habe seien Items. Okay, es tut mir leid, du kriegst sie wieder. Wir reden tolle Geschichte. Und wir werden die YouTuberin sein für alle Mal an. Das steht noch offen. Wollen wir sie übernehmen? Nein, wir werden sie zerstören. Zerstören und übernehmen. Ja. Zerstören hat sich nach Spaß an. Wir sind das Sextion-Heil. Morgen das sechste Unheil, was uns erwartet, Freunde. Und ich bin auf jeden Fall bereit. Und ich finde es krass. Ich bin auf jeden Fall bereit.